Heli, du fällst runter. Ja, hier ist der Tisch aber zur Ende. Da soll man frühstücken, ne Heli? Du fällst mir vom Tisch. Du fällst mir vom Tisch, du bist ein kleiner Drehrumpen. Ja, ganz wein. Jetzt kommt die Bella. Mühe. Ganz prima, ne? Ja, die Bella ist da. Alles schön auf dem Küchentisch, ne? Prima, freue mich. Heli, ihr kleines dickes Bäuchlein, ne? Ja.